Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos und der heutige Zoo, der kommt von Dr. Agen. Dr. Agen war eigentlich schon letztes Mal dran gewesen, hatte allerdings einen falschen Spielstand mitgesendet und deswegen konnte ich ihn noch nicht rannehmen, aber er hat ihn jetzt nachgereicht und deshalb kommt er jetzt in dieser Folge von Ich bewerte euren Zoo dran. Er schreibt natürlich auch eine E-Mail für uns, nämlich schreibt er, So dann die, Dr. Agen hier. Hier ist mein Zoo beigefügt und wartet darauf, von dir bespielt zu werden. Ich weiß nicht, ob du meine alte E-Mail jetzt noch hast, aber egal. Workshop-Objekte beschränken sich auf das Mitarbeiterzentrum. Ich würde gerne meinen Opa grüßen, mit dem der ganze Zoo entstanden ist und alle Twitch-Streamer, die ihn sich angeschaut haben und mir Kritik gegeben haben. Aber jetzt kommt ja schon der, der darüber hinaus noch viel mehr finden wird. Ach ja, Dandi, ich baue lieber an der Natur wie an Stein und so weiter, also gibt es nur wenige natürliche Barrieren. Ach ja, lass am besten noch Leute raus, ich habe oft mit den kleinsten Weg gearbeitet. Liebe Grüße, Dr. Agen. Okay, das kriegen wir hin, denke ich, aber wenn wir es auf 500 Leute begrenzen, das sollte eigentlich reichen. Und du schreibst, dass ich noch viel mehr Kritik finden werde. Bin ich so schlimm geworden, was Kritisieren angeht? Ich glaube, es liegt einfach momentan bei mir ein bisschen daran, dass ich schon so viele Zoos gesehen habe. Und wenn ich dann so ein 0815-Zoo besichtige, also das soll jetzt nicht negativ oder so sein, wenn ihr nicht so den krassesten Zoo baust, aber wenn da nicht irgendwas kommt, was mich richtig flasht, dann bin ich wahrscheinlich ein bisschen gelangweilt und dann fange ich an zu kritisieren. So könnte ich mir das zumindest erklären. Kann auch sein, dass es nicht daran liegt. Also es haben jetzt schon öfter Leute geschrieben, dass ich momentan viel kritisiere. Aber ich glaube, wir müssen auch bald nochmal irgendwie eine Änderung bei Ich bewerte eure Zoos machen, dass wir irgendwie nur noch fertige Zoos besichtigen, weil diese halb unfertigen Zoos, wo dann tausend Tiere hintereinander kommen, was einfach nur alles in die Länge zieht und die hier einfach nur ein Viereck sind mit drei Bäumen drin und so. Das ist halt alles irgendwie so ein bisschen Zeitverschwendung. Mal gucken, ob da bald nochmal eine Änderung kommt. Ihr könnt ja, wenn ihr eine Idee oder sowas habt, wie wir das Ganze am besten handhaben können, dass wir nur noch fertige Zoos oder so bekommen, könnt ihr ja gerne Ideen unten in die Kommentare schreiben. Aber egal, jetzt haben wir genug geschnackt. Jetzt besichtigen wir erstmal den Zoo von Dr. Agen. Das ist nämlich der, wie heißt der? Bayern Zoo. Der Bayern Zoo ist der Name und genau in diesen bewegen wir uns jetzt mal hin. Mit bewegen meine ich natürlich einfach faul am PC sitzen und den Speicherstand laden. Aber wir sind angekommen im Bayern Zoo von Dr. Agen und jetzt geht's los. Bin echt super gespannt. Ich versuche nicht zu viel zu kritisieren, Leute. Wir haben übrigens auch über 50 FPS. Das ist mega nice. Das fühlt sich immer schon so gut an. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen in die Bewertung mit einfließt, wenn ich gute FPS habe. Zumindest unterbewusst. Ich lasse das, oder ich will es natürlich nicht mit einfließen lassen, weil ihr teilweise da gar nichts dafür könnt, wenn er zu schlechte FPS hat. Aber ich glaube, wenn der sich gut spielt und ich hier gut laufen kann, dass ich das schon unterbewusst damit einfließen lasse. Weil einem das da natürlich auch irgendwie ein bisschen negativ auffällt, wenn man immer so ruckelnde Kamera hat. Ich denke, man sieht schon Bergland. Aufsache, das ist das Erste, worauf ich achte bei den ganzen Schildern. Dschungelabteil. Oh, das ist Denglisch vermischt ein bisschen. Dschungel ist Englisch, das ist Deutsch. Reptilienhaus. Berglandabteil. Omas Restaurant. Grasland. Oh, ich weiß nicht, ob Abteil so das richtige Wort dafür ist oder der richtige Begriff. Ich glaube, Bereich oder sowas ist, glaube ich, ein bisschen besser, oder? Schreibt mal rein, was ihr so am besten findet. Abteil erinnert mich so ein bisschen an Zugfahren. Findet ihr nicht? Aber das hier sieht super schön aus. Mega schön hier mit dem Wasser. Hier die Blumen so am Rand, das sieht nice aus. Hier so eine schöne selbstgebaute Brücke mit Säulen und diesen schönen Asia-Lampen. Finde ich das auch gar nicht so schlimm, dass der Beton da unten rausguckt, weil du das Ganze sowieso in diesem Weiß gebaut hast. Dadurch fällt mir das gar nicht negativ auf. Mega cool. Vielleicht noch den ein oder anderen Springbrunnen hier hin oder einfach eine Düse oder so ins Wasser. Das wäre schon nice. So, was haben wir denn hier? Oh, ein süßes Gesicht. Omas frische Waren. Die hat sich bestimmt der Opa gewünscht, ne? Finde ich mega süß, dass du mit deinem Opa das Ganze so ein bisschen gemacht hast. Ganz, ganz tolle Idee. Mal sehen, was da für Ideen so einfließen durch deinen Opa. Aber ältere Menschen haben ja meistens richtig coole Ideen, weil die schon viel gesehen haben in ihrem Leben. Das finde ich richtig cool hier mit dem Smiley. Sehr süß. Auf der Seite, das ist dieses Standard-Ding aus dem Workshop, wo du meinst, das ist das einzige Workshop-Objekt. Okay. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Das ist auch kein Rundweg oder so, ne? Ich gehe einfach mal random hier lang. Wir gehen als erstes in den Dschungelbereich, würde ich sagen. Ne, wir gehen einmal über die Brücke hier. Okay, die Wege sind halt wirklich ein bisschen schmal, aber das macht ja nichts. Ah, ich sehe schon die ersten Tiere im Bergland. Polar. Ne, wie heißen die nochmal? Nicht Polar, das sind Wölfe. Wie heißen denn die Schafe noch? Dalschafe. Die sieht aber sehr schön hier aus. Ich mag das auch, dass du hier einen eigenen Zaun gebaut hast. Du hast ja auch geschrieben, dass du wenig natürliche Barrieren hast, also mehr solche benutzt hast. Wenn man solche selber baut, finde ich das gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Mir fallen halt immer nur diese negativ auf, weil ich die schon tausendmal gesehen habe. Liegt aber auch so ein bisschen an mir. Oh, hier geht es zum Grasland. Gehen wir doch erst mal da hinein. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus hier, der Eingangsbereich. Schöne Bepflanzung hast du gewählt. Ich mag das, dass du das hier so dicht gemacht hast und dass es hier um so eine Kurve geht. Da kann man nämlich vorher noch nicht sehen, was einen da drin erwartet. Das ist mega cool. Schön geschlängelt den Weg. Musik fehlt aber ein bisschen. Oh, ich glaube der Bereich ist noch sehr unfertig. Habe ich gleich den richtigen Bereich ausgesucht. Haben wir hier. Oh, Spießböcke. Liegt sich direkt schlafen vor der Scheibe. Die Scheibe ist von der Höhe nicht ganz perfekt, zumindest für die Ego-Perspektive. Ja, und ein relativ langweiliges Gehege. So ein relativ standardmäßiges Gehege. Das ist halt das, was ich meine. Also so ein flaches Gehege, wo einfach nur eine Barriere rum ist. Mit so einem... Wo das Haus ist, glaube ich, selbst gebaut, oder? Ja, das Haus ist, glaube ich, selbst gebaut. Aber wenn man dann so ein Fertighaus hier rein platziert, ein paar Bäume und ein paar Büsche, finde ich halt jetzt nicht so beeindruckend. Mir fehlt auch ein bisschen das Wasser hier. Das finde ich wieder cool hier mit den Ästen oben rüber. Das geht auch von der Höhe noch sehr gut. Ich glaube aber wirklich, dass das so ein bisschen das Problem ist momentan, dass ich anfange viel zu kritisieren, weil ich einfach mittlerweile schon so viel gesehen habe. Früher war ich halt so ein bisschen leichter zu beeindrucken. Das sieht hier auch super schön aus, voll süß mit den ganzen Skulpturen. Ja, aber mittlerweile ist es halt... Ja, finde ich auch gut, dass du das hier so eingebaut hast. Wobei man das so ein bisschen... Ich weiß nicht. Finde ich aber eigentlich cool. Dann sieht man, wo man hinkommt. Von dieser Seite... Ja, ich weiß nicht. Irgendwie... Hm. Da hättest du da noch irgendwie eine Wand doch hinter machen sollen. Von dieser Seite sieht die Schrift irgendwie... Verwirrt mich das ein bisschen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich ein alter Sack bin. Von hier sieht es aber super aus. Ist ja auch egal. Let's go. In den nächsten Bereich. Bergland. Ich bin mal gespannt, ob ihr noch vielleicht irgendwie eine Lösung oder so findet, was wir mal so machen können. Ob wir da nochmal ein Reset machen oder wie wir das handhaben. Weil ich will halt wirklich nicht mehr diese unfertigen Zoos bewerten, wo auch gar kein Update mehr eingereicht wurde seit dem 1.3. Weil das ist halt echt schade. Weil die nehmen dann sozusagen den Platz für die Zoos weg, die dann wirklich noch weitergeerbaut wurden und wo die Leute auch wirklich noch zuschauen. Ich glaube mittlerweile haben da auch teilweise echt Leute eingesendet, die gar nicht mehr zuschauen und auch gar kein Update mehr eingereicht haben. Auch für süß mit den Arctic-Sachen. Das ist toll. Süße Gehegegestaltung. Gefällt mir. Hier finde ich das auch sehr passend, dass es sehr flach ist. Weil das halt wirklich so eine Weide ist. So ein bisschen Höhenunterschiede sind hier auch drin. Das hast du auf jeden Fall gemacht. Aber finde ich super toll. Auch hier mit diesem selbstgebauten Zaun. Richtig süßes Gehege. Normale Schafe hätten hier vielleicht ein bisschen besser reingepasst als diese Polarschafe. Aber ansonsten... Weil die brauchen glaube ich so ein bisschen Schnee, ne? Bin ich mir aber gar nicht sicher. Finde ich super süß. So, ich schweife hier die ganze Zeit vom Thema ab. Oh, das sieht auch schön aus. Ich mag das, wenn die Bepflanzen so dicht am Weg ist an diese Blattdinger. Hier ist auch so ein bisschen Musik. Schön. Uh, was ist das denn hier? Das sieht ja interessant aus. Sind das so Eisberge oder was soll das darstellen? Ich finde es cool hier gerade. Was ist das? Ich brauche nochmal so was Süßes. Süße Deko-Elemente hier. Einfach nochmal so eine kleine Skulptur. Ich weiß noch nicht genau, was das sein soll. Aber ich finde es sehr interessant. Rentiergehege. Mount... Mountain... North... Kess... Oh Gott. Kann ich ja gar nicht übersprechen. Oh Gott, ich würde mich verlaufen. Eingang Plaza. Aufstieg auf den Berg. Höhleneingang Erdferkel. Gehen wir doch mal da hin. Ich würde mich sowas von verlaufen, Leute. Ach, das ist hier schon das Erdferkelgehege. Cool. Ich finde das hier auch schon hundertmal besser als diesen Zaun da im Hintergrund, ne? Liegt halt wirklich daran, dass ich mich satt gesehen habe an den Standardsachen. Das hier finde ich sehr gut gemacht. Also der Höhleneingang sieht super aus mit den Klippen. Auch schön hier mit dem Efeu. Und hier den Rand so schön abgesteckt. Das gefällt mir richtig gut. Ich finde das auch cool, dass du hier so ein paar Höhenunterschiede drin hast im Zaun. Wenn das alles auf einer Höhe ist. Oh. Die kann man richtig gut beobachten. Das ist eine perfekte Höhe. Man kann genau rüber gucken. Und man kann die Tiere richtig von nah sehen. Und die sogar verstreicheln. Richtig gut gemacht. Voll die coole Idee. Dass es hier vorne so raus geht in den Außenbereich und dann mit in die Höhle geht. So wie die Leute hier reingehen. Richtig cool. Das finde ich auch gut, dass du hier nochmal so eine kleine Säule reingemacht hast. Das ist halt so ein sehr längliches Gehege. Aber das ist toll. Dann können die Leute das die ganze Zeit besichtigen. Auch sehr schön beleuchtet hier. Und auch sehr schön hier mit den Felsen gemacht. Oh. Und da ist ein Wasserfall. Da kommt auch nochmal. Ah ne. Das ist gar kein natürliches Licht. Also ein bisschen so aus, als wenn da oben die Sonne reinscheint. Das Einzige, was mich hier stört. Der Wasser. Das Plätschern sieht super aus. Allerdings sind die Düsen so ein bisschen doof sichtbar. Es fehlt halt die Option, diese Düsen auszublenden. Habe ich ja schon oft gesagt. Echt schade teilweise. Ansonsten sieht das hier schon echt gut aus. Gefällt mir. Ich finde, du hast es auch relativ gut gemacht mit dem Fels-Terrain-Verhältnis sozusagen. Also es sieht echt cool aus hier drin. Vielleicht hier oben nochmal den ein oder anderen Felsen zwischen. Aber ansonsten ist das schon eine wirklich sehr gelungene Höhle. Sehr atmosphärisch. Sehr viel Abwechslung. Coole Gehege und Deko-Elemente eingebaut. Oh. Hier haben wir direkt das Underground Viewing. Heißt das, ne? Underground Viewing für die normalen Wölfe. Auch cool. Sehr schön. Coole Höhle. Hat mir richtig Spaß gemacht. Höhleneingang Wolf. Aufstieg auf den Berg. Ich bin echt verwirrt, Leute. Ich und Wege. Wo bin ich jetzt hier? Ich laufe halt jetzt einfach random irgendwo lang. Also einen Rundgang gibt es nicht. Das ist wieder einer von diesen komischen Bergen. Ich finde die echt irgendwie cool. Mal was anderes. Was sehen wir denn hier unten? Gut, die Barrieren jetzt hier finde ich nicht so schön. Was ist da? Ah, das ist ein Grizzly, oder? Ist das ein Grizzly? Ich glaube schon. Ne, Isabelbeer. Aber mit den Bären tue ich mich noch echt schwer. Aber der war auch sehr weit weg, ne? War schwer zu erkennen. Ansonsten ein ganz schickes Gehege. Ich weiß gar nicht, ob der hier hoch kann. Ansonsten wäre das, glaube ich, ein bisschen sehr gefährlich. Können Sie es mir sogar vorstellen. Ich bin mir aber nicht sicher. Wobei? Ah, ist schon hier ein bisschen schräg, ne? Ich glaube doch nicht. Dann ist es alles in Ordnung. Wenn er da nicht hoch kann, ist alles super. Hier sieht es hier nur so ein bisschen so aus, als wenn er hier hochlaufen könnte. Hier ist auch ein schöner Wasserbereich. Da schwimmen sie auch gerade, die beiden. Ich würde jetzt auch gerne mitplanschen. Das wäre schön. Hier ist auch eine Höhle. Gut, die kann man natürlich noch ein bisschen mehr ausschmücken. Aber die sieht man ja sowieso aus Besucherperspektive nicht. Also von daher halb so wild. Oh, hier kann man nochmal Massensitzen machen. Das sind hier aber keine Corona-Abstandsregeln. Ich glaube, so viele Bänke würde ich hier nicht hinmachen. Also mir ist es persönlich ein bisschen zu viel. Kann man natürlich machen, ne? Ich meine, warum nicht? Du hättest vielleicht sogar hier einfach so andere Bänke hin platzieren können. Und dann so eine eigene Sitzgelegenheit bauen können, indem du was über die Bänke platzierst, sozusagen. Irgendwelche Steine oder Felsen oder so. Da hättest du sicherlich was Eleganteres noch finden können. Aber trotzdem coole Idee, dass man hier oben sich nochmal ausruhen kann und hinsetzen kann. Die Aussicht bewundern kann. Gut, der Baum hier ist nicht ganz perfekt platziert von den Ästen. Das sind alles so Kleinigkeiten. Aber schon sehr stimmig dann zu. Gefällt mir echt gut. So, da waren wir vorhin. Wolfssteg. Ach, so viel Abzweigung. Ah, hier ist das nächste Gehege. Gut, die Hintergrundlandschaft ist leider auch noch nicht gestaltet. Natürlich auch immer schön. Aber das kann ich schon verstehen. Das ist halt immer schwierig. Das finde ich sehr cool, dass du hier so einen großen Baum ruhig gemacht hast. In der Mitte bei dem Steg, wo man gucken kann. Auch interessantes Gehege von der Gestaltung her. Es geht halt von hier ganz unten nach hier oben können die, glaube ich, hin. Und da sogar können die noch hin. Und im Hintergrund wieder... Was hat sie denn? Willst du dich präsentieren im Stream, oder was? Und im Hintergrund wieder dieser coole... Coole... Ja, wie nennt man das denn? Mini Mount Everest. Richtig gut. Alles, bist du es? Okay. Weiter geht's. Ja, finde ich aber cool. Hat was. Gut, der Weg hier natürlich kann man auch noch ein bisschen ausschmücken. Auch gerade das hier mit dem Geländer. Klar, aber das sind alles so Arbeiten muss man nicht machen. Kann man machen. Das fühlt sich gerade so gut aus und an, Leute, weil ich so viel FPS habe. Echt toll. Habe ich jetzt hier irgendwas falsch gemacht? Nee, ne? Da sind wir gerade rausgekommen. Ich glaube, wir sind genau richtig hier durchgelaufen. Rentiergehege. Jetzt gehen wir da hin. Jetzt in ein schönes Häuslein rein. Schöne Musik. Kann man sitzen. Boah, wie schön. Schöne ich das mal an. Man kommt hier so raus. Ich laufe mal langsam. Man strahlt die Sonne so ein bisschen. Hier erwartet ein wunderschönes Rentiergehege. Wow. Richtig cool. Mega idyllisch. Diese Berge im Hintergrund sehen auch super cool aus. Die haben wirklich was. Mal was ganz anderes. Gut, hier kann man natürlich noch ein bisschen mehr ausschmücken. Aber ansonsten fährt mich schon echt gut. Tolle Idee für so ein Rentiergehege. Das hier auch so drumherum mit diesen Bergen einmal zu machen. Ey. Ja dann. Cringe Boy. Nee, finde ich aber cool. Ich mag auch das hier mit diesem Geländer sehr gerne, was du gebaut hast. Hier mit diesen Säulen so hoch und runter versetzt. Wirklich schön aus. Okay, weiter geht's. Wir haben noch einige Bereiche vor uns. Jetzt geht's zurück. Gut, natürlich wäre es wieder besser, hätten wir jetzt so einen Rundgang gehabt, dass wir hier wieder rauskommen. Da müssten wir nicht hier komplett zurücklaufen. Aber das geht noch von der Wegstrecke. Oh, hier ist das nächste Gehege. Das dürfte Galapagoschulkröte sein. Ohne Massentierhaltung. Finde ich gut. Auch eine süße Idee hier mit diesen Rucklöchern wie so ein Hausdach. Finde ich cool. Ich glaube, ich hätte sogar das Ding hier noch ausgetauscht. Vielleicht gegen so einen Holzstamm oder so. Oder vielleicht auch Fels. Hm. Aber muss man nicht machen. Nur so eine kleine Anregung kann man machen. Ich will nicht immer, dass das alles wie Kritik klingt. Das ist nicht alles Kritik. Ach, süßes Gehege. Finde ich cool. Auch hier mit so einem kleinen Tempel. Oder können die sogar schlafen oben. Ja, das ist hübsch. Schildkröten sind auch so ein perfektes Tier für den Eingang vom Zoo. Oh, jetzt geht's in den Jungle. Gucken wir uns, ob uns hier die neuen DLC-Sachen erwarten. Oh, direkt begehbares Gehege mit Katas. Der gerade betet. Um. Um. Erstmal ein Schlückchen. Ah. Der hat gut geschmeckt, der Schluck. Ich trinke gerade Energydrink. Weiß sollte man nicht trinken, tue ich aber. Das Wetter macht mich immer so müde. Cooler Fluss. Das Fließen hast du sehr gut hinbekommen. Also wirklich, nicht schlecht. Das ist echt nicht so einfach, Fließen gut hinbekommen. Hier am Rand sieht es natürlich noch ein bisschen kahl aus. Aber ansonsten, das Fließen gefällt mir schon echt gut. Echt doof mit diesen blöden Düsen, ne? Weil teilweise kann man das nicht immer mit Felsen verdecken. Weil der macht das kaputt, was man bauen wollte. Ich hoffe, es kommt noch irgendwann ein Update, dass man diese Düsen ausblenden kann. Hier sind dann nochmal die Flutterstation, wo die Varis und Katas dann essen können. Gut, bis auf die Barrieren gefällt mir das Gehege recht gut schon. Und natürlich hier diesen Rand vom Fluss. Können wir natürlich noch ausbauen ein bisschen. Oh, das sieht auch cool aus, dass du das hier so eingebaut hast. Oh, wo sind wir denn jetzt? Das ist wieder begehbares Gehege. In Toiletten, ne? Ja. Haben wir Toiletten überhaupt gesehen am Eingangsbereich? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, glaube ich. Ja. Der Mega-Springbrunnen mit ganz vielen Düsen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen zu übertrieben mit den Düsen. In so einem kleinen Wasserbereich. Ich glaube, der hätte jetzt ein bisschen größeren Springbrunnen bauen müssen. Aber sieht trotzdem irgendwie cool aus. Ja, ich glaube, da würden alle Leute nass werden. Oh, Toiletten sind sogar ausgeschildert. Extra für mich. Ruhebereich, da gehen wir jetzt mal hin. Bisschen Ruhe enjoyen. Ich mag das echt gern, dass du das so schön bepflanzt hast, links und rechts. Coole Idee hier, einfach so einen Bereich zu machen, wo die Leute sitzen können. Gut, die Bänke sind nicht ganz perfekt platziert. Aber ist trotzdem eine coole Idee, die wir chillen können. Bisschen Musik. Können sich mal erholen und entspannen. Ein Reptilienhaus. Aha. Was haben wir denn hier? Den Zaun sieht man tatsächlich nicht so oft. Den finde ich auch noch nicht so ausgelutscht. Finde ich eigentlich noch ganz cool. Auch wenn man da nicht so ganz gut durchgucken kann. Aber ich glaube, der ist sehr realistisch. Ich glaube, das ist so der Zaun, den man am häufigsten im Zoo sieht, oder? Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Sehen hier auf jeden Fall Komodowarane. Das ist ganz süß gemacht. Auch hier am Rand schön bepflanzt. Aber solchen Kleintieren muss man jetzt auch nicht was Megakrasses bauen. Völlig ausreichend. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Wasser gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei Komodowaranen ist. Weil das sind, glaube ich, eher so Wüstentiere, ne? So wie das GG auch aussieht. Ich glaube, dann passt das schon. Vielleicht nur noch so eine zweite Fitze oder so. Irgendwie so ein bisschen wenig. Mindestens für mich persönlich. Oh, hier auf der nächsten Seite. Das ist das nächste Gehege direkt. Oh, hier haben wir Tapiere. Finde ich ja auch so hübsch, die Tiere, ne? Hintergrund sehen wir auch schon irgendein großes Gebäude mit Glasdach. Hm. Gehen wir mal weiter. Hier geht es nochmal rum. Hier schon das nächste Gehege. Oh, das sieht auch wieder cool aus. Finde ich cool, dass du mit dem Wasser einmal komplett drum herum gebaut hast. Ich glaube, du wolltest allgemein komplett drum herum bauen. Aber das geht, glaube ich, nicht wegen dem Mitarbeiterweg, oder? Wobei, man kann ja eine Brücke rüber machen. Mal kurz. Ah, ne, ich glaube, du wolltest das gar nicht. Das ist schon so gewollt. Find's aber toll. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen krass ist für die Besucher, wenn man so überlegt, dass hier hinter ein Krokodil ist und dann so seinen Arm da reinstrecken kann. Das ist wahrscheinlich ein bisschen unrealistisch. Das hier ist natürlich auch nicht ganz so schön. Da muss man immer ein bisschen mit Klippen arbeiten. Aber ansonsten eine coole Idee für ein Krokodilgehege. Ganges Gaviale haben wir da drin. Okay. Geht jetzt weiter. Habe ich was übersehen da hinten? Glaub nicht. Oh, hier haben wir Underwater Viewing. Sehr schön. Auch die Untergrundlandschaft so ein bisschen gestaltet. Ich glaube, hier fehlen noch so ein paar Felsen oder ungefallene Baumstämme und sowas. Das finde ich immer mega schön. Die Bepflanzung sieht schon gut aus, aber so ein bisschen was fehlt da noch. Aber coole Ansicht. Von der Höhe auch. Hier kann man nochmal sitzen. Und dann geht's weiter. Hier auch schöne Felsarbeit gemacht. Eingang Plaza. Reptilienhaus. Tigerberg. Oh, Tiger ist falsch geschrieben. Wird das nur mit I geschrieben, oder nicht? Gavial Unterwasser Galerie. Da waren wir gerade. Wir gehen mal hier rein. Aha, schaut mal. Hier ist eine Tapia Unterwasser Galerie. Die schwimmen hier sogar gerade alle. Sehr cool. Auch hier wieder schön gestaltet innen drin. Sowas mag ich echt gern. Hast du super gemacht. Auch diese schönen, grünen, saftigen Pflanzen passend zu den Felsen. Finde ich super. Oh, hier geht's hoch. Tiger, Gehege. Ne, ich spiel gerade da. Ey, nimm dein Smartphone aus meinem Gesicht. Oh, der macht da richtig den Karton kaputt. Ja, das finde ich ein bisschen beengend wirkt, das Gehege. Einfach, weil du wieder diese hohen Barrieren verwendet hast. Ich bin kein großer Fan von. Das hier sieht cool aus, aber wo wir drauf laufen. Ich hoffe, das sehen wir gleich noch von der anderen Seite. Oh, wie cool. Hier ist nochmal so ein Bereich eingebaut, wo man runtergucken kann, wenn die schlafen. Sehr coole Idee mit der Glasscheibe. Wie schön bepflanzt ist hier. Schauen wir mal von der anderen Seite. Schade, man kann es nur von oben sehen. Schauen wir mal von hier. Ja, das sieht echt cool aus hier. Das Einzige, was das so ein bisschen kaputt macht, ist echt diese Holzbarriere. Aber ansonsten ein richtig cooles Gehege. Coole Ideen drin. Auch sehr schön umgesetzt. So, was haben wir hier? Reptilien-Dschungelhaus. Hier können wir nochmal sogar einen kleinen Blickerskin ins Tapir-Gehege. Sowas finde ich auch cool, dass man da nochmal reinlupen kann. Oh. Die Vivarien sehr schön eingebaut. Mit so ein bisschen Wanddeko. Auch schön bepflanzt hier drin. Bisschen Musik noch oder so Atmosphären-Sounds. Es gibt doch diese Tropenhaus-Sounds oder nicht? Die passen sehr, sehr gut in so ein Reptilienhaus, finde ich immer. Das wäre echt nice noch gewesen. Oder auf die Tiere gehen wir jetzt mal nicht näher ein. Ich finde das eigentlich ganz schön gelöst hier. Sieht irgendwie ganz cool aus, wenn man da so reinschaut. Da hat man nämlich immer nur so ein kleines Kugelloch von der Scheibe. Aber die Tierchen gehen wir jetzt nicht alle durch. Ich bin da wirklich ein bisschen zu lazy geworden. Weil ich sie einfach in- und auswendig alle kenne. Ich habe ja mittlerweile schon fast alle Namen gelernt. Und kann sogar schon die Fallgiftsfrösche auseinanderhalten und unterscheiden. Das sagt schon alles. Wenn ein Dandy das hinbekommt. Das bin ich wieder hier. Ich habe mich gerade sogar da drin ein bisschen verlaufen, muss ich sagen. Okay. Wir sind hier im Parkrand. Flamingo-Gehege, Tapir-Gavial haben wir gesehen. Königstiger haben wir auch gesehen. Gehen wir mal hier entlang. Sowas ist eigentlich auch immer ein bisschen schade, wenn eine Seite noch komplett unfertig ist. Immer ganz schön, wenn das alles ausgeschmückt ist. Aber ich weiß, das ist viel Arbeit. Hier ist das Flamingo-Gehege. Und hier kann man reinschauen. Schönes Wasser-Gehege. Auch mit schöner Musik hier. Ja, so ein bisschen Abwechslung fehlt mir da schon. Ist schon sehr schön gestaltet. Das kann man nicht anders sagen. Aber irgendwie fehlt mir hier noch so das ein oder andere Highlight. Vielleicht mal so ein kleines Häuschen oder so, wo die sich unterstellen können. Wobei das ist wahrscheinlich hier der Fall, ne? Wo wir gerade draufstehen. Aber so ein bisschen was fehlt mir. Vielleicht auch ein Felsen und mit so einem Wasserfall oder sowas hier an der Seite. Das wäre schon ganz nice. Noch mal so ein kleines Highlight. So ein kleiner Hingucker. Na, hier haben die gar keinen Schlafbereich. Hätte ich jetzt gedacht. Okay. Weiter geht's. Oh, hier ist Sackgasse. Sackgasse ist niemals gut, Leute. Wo sind wir jetzt? Kürzen ab, wollte ich gerade sagen. Aber irgendwie hat das nicht so gut geklappt. Wenn wir kürzen ab. Seht ihr? Ich habe mich nicht verlaufen. Ja, deswegen jetzt kann man auch noch ein bisschen besser ausbauen, denke ich. Wenn man hier so ein bisschen mehr das Feeling von einem Rundgang bekommt. Oh, hier ist schon die. Die ist viel schlimmer als ich. Die kritisiert viel mehr. Guckt sie euch an. Wobei die sieht irgendwie netter aus als ich. Scheiße. Hätte ich mal nichts gesagt. Hä? Wie hier schon lang gegangen? Ne, hier waren wir noch nicht. Derzeit ist nämlich ein Affengehege. Ich sage Bonobos. Bonobos. Ach guck mal, ich kann sogar die Affen auseinanderhalten. Weil ich mich immer ein bisschen schwer tue bei den Bonobos und Schimpansen. Sowas finde ich wieder ziemlich cool, dass du hier so einen selbstgebauten Zaun hast. Wenn man sich, ähm, oder das nicht selber machen möchte mit dem Zaun. Es gibt auch im Workshop wirklich schon ganz, ganz viele Zäune zu finden. Schaut euch da einfach mal um. Ich finde, das verbessert den Zaun. Wo ich jetzt sogar hier rausgehen kann. Dann wäre der Rundgang ein bisschen schöner gewesen. Äh, dann, das verbessert so ein Zoo ungemein. Wenn man sich einfach aus dem Workshop so ein Fans-Set holt. Weißen die, glaube ich. Da gibt es dann ganz viele Zäune zur Auswahl und sowas. Ja, schönes Gehege. Sehr interessant für die Bonobos. Da geht es, glaube ich, auch nochmal in ein Häuschen rein. Ja, hier gibt es nochmal Essen trinken. Coole Idee mit den ganzen Schildern hier an der Wand. Oh, ich hätte jetzt irgendwie Bock auf so einen Donut. Ich hatte wirklich voll Hunger. Gemein. So. Hier sind natürlich wieder ein bisschen zu viele Bänke, finde ich. Ich glaube, die eine Reihe hätte ich sogar komplett weggelassen. Ich hätte hier echt ein bisschen weniger Bänke gemacht. Vielleicht dann auch noch so ein bisschen abgegrenzt mit Blumentöpfen oder so. Die Leute sich ein bisschen privater fühlen. Ich finde das nicht immer so angenehm, wenn man irgendwo sitzt und direkt neben einsitzen andere schmatzende Menschen. Muss nicht sein. Aber sehr süß gemacht, dass man hier von innen nochmal gucken kann beim Essen. Die sitzen ja auch gerade voll perfekt, die Bonobos. Gucken sogar in die Richtung. Die haben auch Hunger. Sie sehen gerade aus wie ich vor dem PC. Der sitzt genauso wie ich da gerade. Hunger. Voll geil. Was ist das denn Süßes hier? Auch cool gebaut hier mit den Pflanzen. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir leider wieder ein ganzes Stück zurück, glaube ich, na? Na, es geht. Aber man kann sich hier echt gut verlaufen. Sind wir hier schon lang? Das war der Ruhebereich, ne? Ja. So, jetzt müssen wir nämlich wieder zurück. Also es ist immer besser, wenn man wirklich einen Rundgang hat. Gerade wenn man verschiedene Bereiche hat. Dass man dann wieder rauskommt am Hauptplaza. War das schon der letzte Bereich? Ich hoffe nicht. Der Zoo macht mega Spaß. Nein. Ich glaube, das war der letzte Bereich. Bergland waren wir. Da hinten war noch leider so unfertig. Da waren wir auch. Ach, schade. Dschungelabteil waren wir. Reptilienhaus waren wir. Bergland. Omas Restaurant. Grasland. Wir waren alles. Oder überall. Ich hole mir jetzt bei Omas Restaurant noch was zu essen. Dann verabschiede ich mich. Ich glaube, das hier ist am leckersten. Mann, hier sind Hüte. Weil da stehen die meisten Leute an. Einmal Pommes. Pommes. Gib. Wir nehmen uns einfach so eine Tüte. Das wäre jetzt nice. Jetzt kriege ich gerade richtig Hunger. So, schauen wir nochmal von oben. Bayern Zoo hieß er, ne? Von Dr. Agen. Ja, hier fehlt. Ich hätte ja echt, glaube ich, noch so ein paar Düsen eingebaut. Das wäre mega cool. Oh, hieß er auch noch. Ist das immer so? Oder ist das selber gebaut? Ich glaube, das ist immer so. Ja, mit der Brücke darüber ist schon ganz cool. Aber hier kann man sicherlich noch einiges rausholen. Das wird, glaube ich, mal ein richtig cooler Zoo werden. Ich hoffe, du baust den noch weiter. Hast ja noch genug FPS. Echt Spaß gemacht. So, ich mache kurz nochmal eine Nacht. Lämpchen leuchten. Die werden auch ganz cool beleuchtet. Mit Fackeln. Aber ich glaube, du hast noch nicht viel auf Beleuchtung Wert gelegt. Ne, sieht nicht so aus. Das war mein Highlight hier in dem Zoo. Ich glaube, das hier hat mir richtig gut gefallen. Das Rentiergehege. Da kann man bestimmt noch einiges rausholen. Aber ich finde diese Optik echt cool mit den Bergen hier. Das ist echt eine coole Idee mit diesen Mini-Berg-Gipfeln. Und dann im Nebel. Wenn man das dann noch ein bisschen mehr so ausschmückt mit diesen Felsen, dann wird das, glaube ich, noch cooler werden. Ne, gab es echt viele Highlights. Toller Zoo. Hat echt Spaß gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Dr. Agen fandet. Bayern Zoo hieß er. Und er hat, ich weiß gar nicht, ob er dazu geschrieben hat, ob ich den hochladen darf. Aber falls dem so ist, dann findet ihr den unten in der Videobeschreibung. Falls ihr mal einen Zoo einsenden wollt, könnt ihr es gerne tun. In der Videobeschreibung stehen auch dazu alle Infos. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandi.